Hallo meine lieben Leute! Und frech immer schön Puddy liegen. Nein! Oh Gott! Ja, ich hab mir gerade eine neue Welt erfahren. Und... Die Welt ist so... Ähm... Zumindest, wo ich diese Welt mir erschaffen hab, habe ich den Puddy Puddy Song gehört. Ja. Habe ich von Gott übliche Egel... übliche Egel... übliche Egel... übliche Egel... Wir müssen ein cleverer Tinkstum machen, das ich nicht sagen... Gold! Schöner 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 Na, wo wir schon am Ende sind, holen wir uns dann nochmal hoch! Puddy Puddy! Boat, 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 boat! So, ich... Ich guck da mal... Ähm... Ja! Ich möchte nämlich ein Pool bauen. Ja, hier ist schon der Wettbewerb. Wir brauchen dafür einen Block. Einen Block. Ähm... Glowstone. Na? Ich bin nicht mit der Eichwörter. Ähm... Ja, also... Pisten... Bebel... Redstone... Irgendwie... Peter! Äh, wüsste was? Was wir auch noch brauchen? So... Jetzt... Ich muss schon anfangen. Ja... Ähm... Ich würde sagen... So... Ich habe Ihnen ein bisschen gedanken gemacht. So, Wasser brauchen wir auch. Ich bin mir schlau. Na, alles selbst beleuchtet. Selbst beleuchtet in dem Pool und alles. Ne, aber kein Wasserhanger. Ja... So schlau muss man erstmal sein. Ähm... Stellt euch vor, heute bin ich mit dem Schwimmbad. So... So... Das helfen wir dann schon mal. Ich würde den Pool... So... 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 Sand hinbauen. So... So, 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 so. Genau, so wollte ich das haben. Ja, gut. Dann fliegt ne Lampe. Ist so buggy ey. Ich würde am besten noch ein Kiefer loslassen. Äh, ich weiß, ich spreche ein bisschen leise. Für uns brauchen dann irgendwie Eisenblocker hin. Eisenblocker. Eisenblocker. Und dann noch hin. Ich weiß, man kann in der Wüste ein Kuh gut gebaut. So. Höhle fein wurde. Nein, leider nicht. Nein. Naja. Ähm. 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 Ich spreche mal auf. Also. Ich spreche mal auf. Nein. Ah, so zang, 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 zang. Ah, jetzt kommt ja dieser Sand, der kommt ja hier nach. Das ist ja so. Genau, am besten gleich doppelt. Und dann müssen wir sie auch durchlaufen. So. So, wenn du keine Ideen so in der Gesandtart sind, in der Gesandtart sind oder immer. Cool. Das ist geil. So. 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 Weil ich ganz an Grün gedacht habe. Alter, immer, meckert, dass ich zu leise bin. NER 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 NER! ich bin ich gar nicht so leicht Oh nein, ich weiß ja wo ich war, soll ich mal sehen, ob ich das nicht sehen kann. Es kommt mir so ein bisschen, die Welt kommt mir so ein bisschen vor wie Craft Attack. Von Dana. Es ist ein bisschen erinnert an Craft Attack, würde ich sagen. Jetzt mal ganz persönlich. So. 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 Aber jetzt kommt einfach die Kälte nicht durch. Jetzt kommt es definitiv nicht durch. Ja, ich wollte es nur noch hier nehmen. Ich mache es dann einfach nicht einfach drinnen. Ich lasse es, wenn du unter Wasser arbeitet. Was ist, was ich brauche? Ich muss jetzt Grimm erst mal anrufen. Ob das heute noch geht. Der Schwimmbad. Ich wollte eigentlich mit ihm aufnehmen, aber... Nur als Sprengmeister auch gesagt. Also, dass ich ein bisschen was auferein gesagt habe. Man muss ohne Drin. Es ist so schön hell. Jetzt können wir euch erstmal die Poolbeleuchtung anlassen. So ein Ohrwurm. Jetzt sieht es so ein Ohrwurm. Jetzt müsst ihr euch einfach mal reinziehen. Ich habe es auch... Ich kann es ja mal versuchen zu verlinken. Sonst findet das einfach immer im Kanal-Feed. Äh... Da ist dann irgendwo... Puddy-Puddy. Das Spiel habe ich übrigens vergraben. Bei dem GTA Online Display. Alles mal angemacht und alle... So ein Römer. So ein Römer. Ich habe Schnupfen. Ich habe Schnupfen. Ich habe Schnupfen. Ich habe Schnupfen. nicht... Naja... Nee! Nichts! Nein! Lieber! Habt er kein... Äh... Ich weiß nicht! Auch. So ein Römer. Gott! Gut! 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 Ich würde es sogar schon sagen. Wir haben das Video-Show. Schaut zu mir nur noch, weil der ist schon dran. Dann ist auch wieder flümme. Flümme. Flümme, flümme. Ja, Pudding! Pudding, Pudding! Pudding, Pudding! Na, das war's für ihn. Pudding, Pudding, Pudding! Schulmeibchen, Pudding! Jetzt zum Beispiel baue ich mal das so. so wie zum thema wo wir Der eine ertrank, dann waren es nur noch neun. Ich bin schlau. Ich hab mich übrigens sehr über ein Abo freuen. So. So, 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 so. So. Ich hab eine Frage gemacht. So, so. So, so. Jetzt sind sie nämlich an, und das gibt eine kleine Beleuchtung. Da... ...finde heraus. Habel. Habelthing. Habelthing. So kommit für Habelthing. Sieht man da, wie das alles beleuchtet ist... Ich kann das vermachen. Doch, da geht's nicht. Wann sein so gut Deutsch? Der eine sagt, Australien. Der andere sagt, I'm so sorry good. Na ja. So, ich will nicht mehr so. So, ich will nicht mehr so gut. Oh ja, ernst. Warte mal. Na. So und dann so. Und jetzt so. Das sieht ja schon mal toll aus. Hier könnte man auch so ne schlimmer, oder schwungereien Mord, aber das hätte ja einfach keinen Sinn. Ich würde eh die dann hier hinzuspielen. Ja. Hier, warte ich jetzt schon. Gucken wir jetzt nochmal diese komische Weife hier an. Oh mein, die sieht echt so richtig geil aus. Hier sieht alles. Alter Schwede. Alter. Alter. Das ist cool. So, ab und zurück in die Wüsche. Ähm. So, dann würde ich sagen, war es das schon wieder für diese letzte Zeit. Und dann würde ich sagen, tschüss. Mit dem nächsten Mal. Und Dominik Alpe. Ja. Ja. Genau da. Nein. Ja. Ja.